Ein Superheld zu sein, ist immer eine Feuerprobe. Wer soll die Welt beschützen, wenn nicht Leute wie du? Jennifer Walters, ich bin Anwältin. Ich habe tolle Freunde. Kriegen wir ein paar Shots, es ist ein Notfall. Einen anspruchsvollen Job. Wir haben jetzt eine Abteilung für Supermenschenrecht und ich möchte, dass Sie, also She-Hulk, als Ihr Gesicht auftreten. Und eine anstrengende Familie. Ja, wir wollten das nicht, Cousinchen. Aber wir müssen damit klarkommen. Deine Verwandlungen werden durch Wut und Angst ausgelöst. Als gäbe es eine Frau, die sich damit nicht bestens auskennt. Wow. Du weißt schon, dass mich das zerteilt, wenn ich mich nicht verwandle, ja? Ja, ja, ja. Nein, nein! Ich will nur eine ganz normale Anwältin sein. Können Sie uns sagen, wo She-Hulk ist? Jen, du bist zur Story geworden. Süße, dein Hintern sieht echt irre aus. Du könntest ein Avenger sein. Oh, ich bin keine Superheldin. Das ist was für Milliardäre und Narzissten und Erwachsene weisen aus irgendeinem Grund. Gibt es was deprimierenderes als daten in seinen 30ern? Ja, das war mein bestes Date seit langem. Oh. Teilen wir uns die Pommes? Gibt es die auch zum Mitnehmen? Oh, ich bin eine Standards. Also, wir werden uns immer wieder ausprobiert.